Was haben wir da geschafft? London. Top 8. Top 8? Ja. Wo wir dann gegen Naby Keine Einzige spielen. Da war der Oren ja auch nicht mitgespielt, der ist ja zusammengebrochen unterm Druck. Da kann man nichts dafür. Was willst du machen wenn Simple und Elektronik? Da kannst du ja heutzutage schon nichts mehr machen. Und damals waren die halt sogar Also waren die noch gefährlicher würde ich vielleicht sagen. Also Elektronik's Peak. Ja. Das war auch ein dreckiger Kampf durch dieses Turnier. Das war ein dreckiger Kampf aber wir haben nicht gekämpft. Zwei Runden mussten wir spielen. Meine Runde quasi. Damals hieß das Wir haben wir gegen Vega Squadron verloren. Ja. Wir standen einmal 0-2 und dann haben wir gegen drei Teams in Folge. Ne 1-2 standen wir. Wir haben gegen Renegades im ersten gewonnen glaube ich. Dann zwei gegen Vega Squadron verloren und gegen 1-2 mussten wir dann gegen Gegen Gambit haben wir damals glaube ich. Ja. Aber hießen die nicht noch anders da? Astana Dragons vielleicht mit Dozier und Adrian? Nein nein nicht Astana Dragons. Das ist schon ein bisschen länger. Dann war es Gambit. Ziemlich sicher. Und ein Entscheidungsspiel haben wir gegen Rugger's Team gewonnen. Sorry Gambit auf jeden Fall. Gegen Garde und so. Zeit mal das zweite. Optik. Vielen Dank.